Ja, aber ist das jetzt überhaupt die richtige Größe? Moment mal. 1, 2, 3, 4. Dann sind hier noch 4. Und hier sind noch 4. Das sieht gut aus hier. 1, 2, 3, 4. Und da ja auch. 1, 2, 3, 4. Ja, doch, das passt alles. Gut, das machen wir drüber dann gleich nochmal mit Erde. Hier eben nicht. Aber ich will erst ja die Lava noch einfüllen. Und das Glas draufsetzen. So, dann haben wir den Boden hier unten auch gleich. Oh, diese Pflanzen, die werden ja prächtig gedeihen hier. Und das, obwohl ich so viele davon gar nicht brauche. Naja, aber so hier und da brauche ich dann doch mal was. Zum Beispiel für Braustände. Und dann bin ich froh, dass ich das habe. So, wunderbar. Eben noch was essen. Ach komm, ich kann aber jetzt doch eigentlich auch gleich die Erde draufsetzen. Dann kann ich die nämlich wieder rausschmeißen. So, hier und... Nein, Erde da rein. So. Und dann muss ich nur noch Glas und Lava. Mich um Glas und Lava kümmern. Und eben nichts weiter mehr. Ist das auch schon gemacht. So, so. Und in der Mitte muss was frei bleiben. Gras, muss ja nicht drauf wachsen. Das würde er ja hier auch gar nicht. Da müsste ich noch eine Verbindung zum Rand schaffen. Aber braucht es ja nicht. Wird sowieso wieder umgeackert. So, wo ist denn jetzt hier die Mitte? Da noch eine Reihe dazu. Auch hier noch eine Reihe dazu. Oh, ich muss die Erde wieder auffüllen. So, hier noch einen und da noch einer. Genau, bleibt einer in der Mitte übrig. Da kommt das Wasser hin. Und ja, Wasser wieder auffüllen gleich bei Gelegenheit. So, der kommt weg. Die Platten drauf. So, umackern will ich jetzt aber noch nicht. Ja, okay. Ab ins Lager. Achso, Moment. Ich kann... Ja, doch. Da habe ich ja auch was zum Auffüllen. Äh, nicht ins Lager. Hier zum Agrarplatz eben. Ähm, Eimer eben auffüllen. Und dann kann ich wieder einiges rauslegen. Die Werkbank, die brauche ich nochmal. Das kann auch weg. Das kann weg. Das brauche ich ja nachher für den Turm hier alles. Der Eimer, der sollte eigentlich gar nicht da sein, sondern dort. Und die Platten hier auch. So, der Stein kann auch weg. Ähm, reichen da diese 45? Weiß ich nicht. Ich nehme mal noch mehr mit. Bleiben neun übrig, ja. Okay. Ähm, ich brauche die Laveeimer. Die habe ich hier. Okay, noch ein paar leere. Äh, ich werde mal das hier alles ein wenig zur Seite räumen. Oh, da habe ich ja noch etwas drin, was ich gar nicht mehr brauche. Das hier. Äh, das kann auch weg. Ich brauche nur 40 von diesen Holzdingern. Und das da... Nee, das nicht. Das lasse ich nochmal da. So, Laveeimer. Ähm, erstmal die noch. Und diese hier. Gut, dann mache ich jetzt erstmal... Ähm, die, die ich hier habe, leer. Ja, genau. Und kehre dann zurück zum... Zum Auffüllen. Boah, ist das hell. Ach, aber das Glas habe ich wieder vergessen. Ich dödel. Ach, naja, gut. Müssen wir uns jetzt erstmal so mitbehelfen. Einfach keine Dummheiten machen und nicht reinfallen hier in das Loch. Dann läuft das auch. So, und dahin. Bislang sieht das gut aus hier. Okay. Dann noch unten in die Ecke. Und den und den ja noch. So. Ähm, dann brauche ich mal Glas. Glas habe ich ja noch hier. Ich habe nur nicht... Wo bin ich denn? Ah ja. Ich habe nur nicht, äh, daran gedacht, das mitzunehmen. Hm, ich dachte, ich hätte hier noch Glas. Habe ich das noch? Ah, das habe ich sogar noch hier. Okay. Ja, ich bin mal wieder der Meister. Ich habe das Glas vergessen und doch dabei gehabt und dann wieder vergessen. Ach ja. Reicht das überhaupt? Ich brauche 40. Ja, doch, 40. Oh, Moment, 40. Ja, klar, dann reicht das natürlich. So, der kann das mal weg. Ich setze das gleich mal hin, wenn ich das schon da habe. Ich kenne mich ja, na? Ich laufe dann wieder da hin und falle rein. Ja, sieht gut aus. So, dann kann ich da und da und da was hinsetzen. Ja, nicht da rein. So, da drüber. Okay. Und ab zur Monsterfalle und, äh, Lava einheimsen. Monsterfalle. Da haben wir sie. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob hier denn... Vielleicht... Oh, wenn ich mich mal richtig auskennen würde. So. Ob hier denn... Irgendwer... Auf mich wartet. Äh, gerade nicht. Ach, da habe ich ja schon alles weggenommen hier. Okay. Ach so, ich muss ja die zusammenführen. Ähm, Moment. Ja, das geht ja so. Da, 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 da. Da, da. Und die nach oben und die kann ich wieder da rein. So. Alle voll? Hm, ja. Alle voll. Bleibe ich mal hier stehen und... Gleich wieder da, zack. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir diese Lava-Krube auch noch leer kriegen. Hm, mit dem Ganzen hier wahrscheinlich nicht mehr. Aber irgendwann ein andermal eben. So. Da hin. Da hin. Da hin. Und so weiter und so fort. Dann fangen wir von der anderen Seite hier an. Das da. Okay. So, bislang sieht es gut aus. Ich muss mich da konzentrieren, ja. Das ist... Ich muss immer hingucken, wo ich die Lava hinkippe. Und dann... Äh, in der Menüleiste da... In der Inventarleiste nachgucken. So, ja. Aber das sieht hier soweit schon mal gut aus. Und es wird schon wieder dunkel. So. Erstmal Glas drauf. Ich habe hier von der Lava ein bisschen Helligkeit. Da und da. So. Ja, dann brauchen wir gleich noch mehr Lava. Aber ich lege mich erstmal hin. Dann komme ich nämlich nicht in der Dunkelheit wieder zurück. Ach, ich kann mich noch nicht hinlegen. Aber gut, dann ist auch egal. Dann komme ich eben doch in der Dunkelheit zurück. So, auf zur Monsterfalle. Die Eimer, die kann ich ruhig alle mal voll von Lava machen. Äh, wohin muss ich? Da, wo die Fackeln sind. Da. Ach so, ähm, ja. Wieder zusammen. Basteln hier. So, 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 so. Genau, 20 Stück waren das. Ich mache die jetzt einfach mal voll. Halt, langsam. So, jetzt sind sie alle voll. Ah, da ist aber immer noch so viel Lava da. Ja, gut. Ähm, nein. Ja, und gleich mal hinlegen. Wenn ich das Bett finde, das ist da vorne irgendwo. So. Ach, bevor irgendwelches Geziefer hier auftaucht. Okay, da kann ich jetzt sorglos runter. Oh, guck mal, das kann ich ja noch wegmachen hier. Ah, ist ja noch eins zu viel. Also, weiter im Text hier. Ja, wir sind ja sowieso gleich durch hier. Ja, ach. Nein. Irgendwohin. Schnell weg. Es musste ja noch geschehen, ne? Dass ich da noch in die Lava falle. Es war ja klar. Ja, hör auf zu brennen. Ich hätte eigentlich Zeit gehabt, mir das rauszusuchen. Ja. Ja, hallo, hörst du jetzt mal auf zu brennen hier? Ja, natürlich, es musste noch mal sein. So, also, ich will was essen. So, dass ich wieder ordentlich regenerieren kann. So, da ist so schnell die restliche Lava da rein. Ich muss noch zwei Eimer oder so hinkippen. Na, kommt da noch einer. So, jetzt. Es waren doch noch vier oder so. Und eben noch was essen. Und das Glas drauf. So, und so. Ah, Moment. Da habe ich ja noch was übersehen. Guck mal, da habe ich was übersehen. Hier, da muss noch ein Eimer voll Lava rein. Ja. So ist hier alles. Das sieht gut aus hier. Da sieht das auch gut aus überall. Glas ist auch drauf, sonst wäre ich schon reingefallen. Ja, wunderbar. Dann kann ich, ähm... Ja, ich mache erstmal die kaputt hier. Das Feld umhaken und gleich was anbauen. Und dann hätten wir dieses Feld auch. Das ist jetzt wieder so ein aufwendiges Feld gewesen. Als nächstes kommt das, ähm, Enderfeld. Da habe ich leider keine passende Umrandung. Oder zumindest noch nicht, weil das man... Das muss man ja dann aus Enderstein machen. Oder Endstein oder wie das heißt. Und davon habe ich ja nichts. Das werde ich noch irgendwann mal kriegen. Wenn wir dann irgendwann mal im End sind. Bislang hatte ich noch keinerlei Anstalten gemacht, da hinzugehen. Boah. Ich will da natürlich schon irgendwann mal hin. Aber das hat von mir aus noch ein bisschen Zeit. Aber wir werden da schon hingehen. Irgendwann weiß ich nicht wann. Aber das kommt schon noch. Das muss ja auch früher oder später. Und dann kann ich mir da ja, äh, den entsprechenden Stein mitbringen. Und dann bessern wir das aus. Bis dahin ist dann eben auf dem Feld, ähm, ja, ist dann eben nicht so viel los. Kann, dann kann das eben da nicht so gut wachsen. So, das kommt wieder weg hier. Ich hatte doch noch leere Eim. Ach, hier sind die. So, jetzt brauche ich die Lohensamen. Die sind da oben. Ganz oben. Ja, genau hier. 53 habe ich da. Immerhin. Ja, und dann... Jetzt nochmal genau schauen. Habe ich alles für den Turm? Denn den können wir dann ja gleich, äh, danach bauen. Das, das, das. Da für die Umzäunung. Und für das Dach. Und das für das Dach. Und dann... Ja, doch, müsste alles da sein. Ich muss nur noch daran denken, auch alles hinzubauen. Da und dort und dann, wo es hin soll. Und ich habe mich natürlich wieder vertan. Ja, dann mal los hier. Ja, wo kommt denn das Enderfeld hin? Äh, das kommt da vorne hin. Da, irgendwie da vorne noch. Aber jetzt will ich erstmal den Turm bauen. Er ist noch fertig anfangen. Oh, Moment mal. Da ist ja noch. Da ist ja noch einfach so Erde. Nach unbeackerte Erde. So. Okay. Dann, äh, Turm bauen. Ein Teil steht ja schon da. Was? Was war das? Landschaft hat sich aufgebaut. Äh, wo soll denn der... Der Dings hin? Die Leiter? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache die einfach mal. Äh, ich will... Ich will gerne nochmal... Hier ein wenig Erde wegnehmen. Moment, so. Da. Dass der Turm dann noch ein bisschen freier steht. Oder ich lege wieder Erde hin. Ja, nee. Ist, ist okay. Okay. So. Ja, die Leiter will ich dann, ähm... Ach, hier hin. Ich glaube, das ist gut hier. So, Moment. Material in alle hin. So. Dann stelle ich mich jetzt mal da drauf. Und fang mal an hier. So. Mach mal eine Dreierhöhe. Und für mich hier auch. Und natürlich die Leiter nicht vergessen. Wieder so ein protestierendes Schaf. Also das... Nutzt nichts hier. Da wird hier gebaut. Damit müsst ihr klarkommen. Könnt ihr euch beschweren, wie ihr wollt. So, dann brauche ich jetzt diese Platten hier. Alles zwischendeckendecke hier. Ah ja, da natürlich nicht hin. So. Okay. Ja. Weiter im Text. Zwischending haben wir. zwei. Ja, dann muss ich mich selbst mal hochbauen. Drei. Eins, zwei, drei. Und da hinten. Zwei, drei. Mit der Leiter nach. Okay. So. Und wieder das hier. Ja. Und noch eins. Eins, zwei. Zwei. Eins, na. Eins, zwei. So, dann kann ich da hinbauen. Die zweite Decke, da... Ach, doch nicht so. Also von verbauen habe ich nichts gesagt. Na, das gilt immer noch. Ja. Es ging mir nur darum, dass ich dann immer das Material alles... Ach komm, was soll denn das jetzt? Äh. Ich muss das erstmal wegmachen. Achso. Da muss ich ja wieder so... Wieder auswechseln hier. Ähm. So. Der Bogen muss mal da hin. So. Das weg. Das weg. Und das weg. Oh. Es könnte sein, dass mir das Material gar nicht reicht. Das sieht nämlich ziemlich knapp aus hier. Ja. Ja, mit zwölf. Komme ich nicht mehr hin. Oder doch? Ich habe noch neun. Ah. Ich habe noch... Ja, gut. Es sind jetzt welche heruntergefallen, weil ich mich da verbaut habe. Das zählt dann nicht. Das zählt nicht. So. Noch einen. Ah. Irgendwie brauche ich noch zwei. Ah. Aber ich habe ja doch was vergessen. Nämlich den Block hier. Den habe ich... Dann habe ich den doch vergessen. Ich könnte natürlich, wenn ich jetzt noch welche übrig habe, von diesen Dingern... Nee, habe ich nicht. Okay.